Freunde, was geht ab? Willkommen zu OdoBlogs, Freunde, und ich würde mal sagen, wir spielen heute Pick the Door. Das heißt, Freunde, wähle die Tür, beziehungsweise wähle nicht die falsche Tür, Freunde, weil sonst sterben wir. Freunde, ich würde mal sagen, wir starten rein, Pick a Door, und wir würden sagen, wir gehen direkt rein mit der Eins, Freunde, weil ich habe schon ein bisschen am Anfang geluscht, weil, guck mal, der ist auch schon durch, Freunde, und let's go, würde ich mal sagen. Oh, hier sind auch ein paar Jump'n'Runs, die wir machen müssen, aber kein Problem für den Jump'n'Run-Master. Oh, du Mann, oh mein Gott, ich war fast runtergefallen, Freunde, aber wir schaffen das, wir schaffen das. Hinter uns sind schon ein paar gestorben. Schafft er es, schafft er es. Checkpoint haben wir, Freunde, egal, wir schauen. Ähm, Bruder, geht's dir gut? Der macht gerade einfach Moonwalk, Freunde. Okay, wir müssen jetzt überlegen, welche Tür wir nehmen, und ich würde mal sagen, wir geben die goldene Mitte. Was passiert da, was passiert da? Haben wir es? Penny, nein, Pennywise ist da, nein, er hat uns getötet, Freunde. Nein, okay, die Mitte war falsch, Freunde, deswegen würde ich mal sagen, wir gehen in die linke Tür rein. Und was ist in der linken Tür? Ich will da nicht rein, Freunde, ich will da nicht rein, ich habe Angst. Nicht, dass schon wieder Pennywise kommt, und, nein, Granny, Granny, nein! Sie hat uns umgebracht, Freunde, okay, dann war es doch die rechte Tür. Schade, Schokolade. Ja, die rechte Tür muss es sein, Freunde, oder es gibt eine versteckte Tür, ich weiß es nicht, nee, es war... Es war die rechte Tür, und hier sind überall Grannys, und wir müssen aufpassen, wegen den Baseballschlägern, weil nachher schlagen die die auf unseren Kopf, und es dürften die nicht... Oh, wir haben es geschafft. Okay, Freunde, ich glaube, wir dürfen auf die roten Felder nicht drauf. Kleiner Jump, hier ein Jump. Oh, ich war da drauf, ich bin nicht gestorben, aber egal, Freunde. Okay, noch mehr Türen, ich würde mal sagen, wir gehen mit Tür Nummer 3. Nein! Einfach, da war einfach einer hinter der Mauer! Hinter der Tür, Freunde! Okay, dann muss es die zwei sein. Nein, da ist schon wieder einer, bitte geh weg! Nein, ich bin rot! Schade, Freunde, schade, egal. Dann muss es natürlich die 1 sein, schaffen wir es doch mal in der nächsten... 1 ist auch falsch? Gibt es eine versteckte Tür, Freunde? Geh noch mal rein mit der 3, aber da... Kommt ein... Da kommt ein anderer Monster raus! Nein! Vielleicht müssen wir einfach mal durchrennen. Wir gehen 1 und rennen einfach durch. Nein, da war einfach der von McDonalds! Wir schauen mal hier Logan zu. Wir schauen hier mal zu, wir schauen hier mal zu, was er macht. Falsche Tür? Falsche Tür ist tot. Warte mal, wenn er eine Tür öffnet, Freunde, können wir nicht da einfach durchlaufen? Alles klar. Freunde, wir haben es geschafft, und irgendwie Fischi hat es schon geschafft, alle Level. Okay, wir dürfen keine Bombe berühren, wir dürfen keine Bombe berühren, wir haben es geschafft. Okay, Maximum Security, okay. Okay, maximal Security. Okay, hier gibt es verschiedene Türen. Wir gehen hier rein. Abfahrt. Da ist eine Karen! Sie hat uns umgebracht mit ihr, aber und... Nein! Schade, Freunde. Okay, dann war das die Tür nicht. Ah, okay, dann ist es oben die Mitte. Der andere Typ ist oben durch die Mitte und ist wahrscheinlich weiter. Dann nehmen wir natürlich die goldene Mitte oben. Weil hier sind 6 Türen. Und rein da, Abfahrt! Und wir haben es geschafft, Freunde! Okay, was müssen wir hier machen? Einfach drüber... Nein, die fallen! Die Boden fallen! Oh mein Gott! Okay, Freunde. Was für eine Tür ist da? Oh, warum öffnen sich da immer wieder Türen? Was ist da rausgegangen? Ist es hier rein? Fragezeichen. Wir gehen mit ihm rein. Äh, ich bin auf seinen Kopf geklettert. Ich kletter auf ihn. E gleich MCW Quadrat. Das war es nicht. Okay, das war die falsche Tür, Freunde. Ich muss sagen, wir fangen hier am Anfang an. In die Tür. Wir gehen in die Tür, Freunde. Rein da. Fragezeichen. Und E gleich MCW Quadrat. Das war die falsche Tür. Das war die falsche Tür, Freunde. Okay, wir sind hier rausgekommen. Das ist, wenn wir diese Tür nehmen. Und dann reingehen. Kommen wir auch woanders raus. Okay, das ist ein bisschen verwirrend. Hallo? Wir müssen einfach alle Türen testen, Freunde. Hier? Nee, ist auch falsch. Dann kommen wir hier raus. Also irgendwas stimmt hier nicht, Freunde. Wir baiten mal diesen Boden. Nee, da unten ist auch kein verstecktes. Warnschender Raum. Der blaue Raum. Mal blau. Hellblau. Wir haben es geschafft! Hä? Man musste einfach immer in die Fragezeichen laufen, Freunde. Es war unnormal schwer. Aber ich würde mal sagen, wir gehen hier weiter. Oh mein Gott, das sind Ringe. Oh, so. Aber sollten wir easy hinkriegen, Freunde. Let's go! Oh mein Gott. Okay, durchs Auge springen. Oh, das schaffen wir jetzt leider nicht. Wir müssen kurz warten. Lauf rein. Immer gegenlaufen. Immer gegenlaufen. Immer gegenlaufen. Let's go! Rein da, rein da, rein da. Come on! Ja! Wir haben es. Okay, let's go, Freunde. Okay, wir haben jetzt wieder hier ein paar Türen. Okay, wir brauchen einen Schlüssel, um in diese Tür zu kommen, Freunde. Wo könnte der Schlüssel sein? Nein, da ist Peppa Pig oder so. Die hat uns abgebracht! Oh mein Gott, Freunde. Okay. Das war falsch. Was ist hier? Ist ein Bett? Freunde, wir sind gerade am Roblox-Spiel und Mirkan stört uns. Was sagst du für die Leute, für Roblox-Leute? Ähm, Roblox ist wirklich das beste Spiel. Lass mal ein Abo da. Sala, Sala. Okay, Freunde. Wir sind jetzt in dem Raum und Mirkan hat uns kurz angerufen. Aber wo konnte hier ein Schlüssel sein? Wir können auch nirgends wohin tippen. Vielleicht hier. Tür aufmachen, raus. Oder am Bild. Auge. Wo könnte denn der Schlüssel sein? Gehen wir mal in diese Tür rein. Vielleicht ist der Schlüssel hier da. Äh, hier. Äh. Ich dachte, wir können Klavier spielen. Und hier Tür auf. Gehen rein. Da ist der Schlüssel in der Waschmaschine. Mehr kennt es nicht, Freunde. Oh mein Gott. Okay, wir haben den Schlüssel. Let's go. Rein da. Abfahrt. Let's go, Freunde. Wir haben das Ritzen gelöst. Ich muss mal sagen, wir machen weiter. Wir dürfen nicht von den Reifen getroffen. Nicht von den Reifen getroffen werden. Oh, und man lauft. Nein. Come on. Come on. Oh, du. Let's go. Wir haben es geschafft, Freunde. Okay. Welche Tür? Sie hat noch den Schlüssel. Sie geht da rein. Ich gehe hier rein. Und ein Elefant. Von. Oh. Von Five Nights at Freddy's hat uns gekillt, Freunde. Okay. Sie ist rechts gegangen. Das heißt, rechts war richtig und weh. Oh mein Gott, Freunde. Ich habe ein bisschen Angst. Aber wir haben es geschafft. Hall of Doors. Oh mein Gott. Okay, Freunde. Ein Tür und Devran. Ich bin gestorben? Was? Evident. Ich war doch schon auf der Tür. Okay. Hall of Doors. Wir gehen rein, Freunde. Zack. Zack. Easy. Easy, easy. Das schaffen wir. Easy, Freunde. Zack. Zack. Und Abfahrt. Okay, Freunde. Jetzt haben wir einen Aufzug. Holy moly. Okay. Sie geht in den linken Aufzug. Tschüss. Ich gehe einfach hier mit. Oh, wir können. Wir können. Nein. Wir haben das ganze Spiel. Wir schummeln. Wir haben einfach geschummelt, Freunde. Das ist Pennywise. Was ist da denn? Freunde. Oh mein Gott. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir denn hin? Da unten. Da unten. Das war es, Freunde. Das war sogar richtig. Oh mein Gott. Okay, Freunde. Let's go. Wir sind auch schon bei den anderen. Zack. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Zieh, 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 zieh. Let's go, Freunde. Let's go. Okay. Wir gehen mit Hugo in die blaue Tür. Wir gehen mit Hugo in die blaue Tür. Hugo ist unser Freund, Freunde. Hugo ist unser Freund und der wird uns retten. Hugo. Ich glaube an dich. Hugo. Toll. Gut gemacht, Hugo. Danke. Ja. Danke. Rotes Licht, grünes Licht. Und tot. Danke. Danke, Hugo. Korrekter Freund, Freunde. Vertraut niemals den Leuten auf Roblox. Die wollen euch hier immer Lügen andrehen. Wir gehen in die orange Tür rein. Die muss es sein, Freunde. Die muss es sein und Abfahrt. Let's go. Pop. Die war es echt. Oh mein Gott. Die war es echt, Freunde. Und diesmal ist es diese Tür. Diesmal muss es diese Tür hier sein. Und wir gehen rein. Und was passiert? Nein. Miss Piggy tötet uns einfach wieder. Okay. Egal. Gar kein Problem. Wir nehmen die goldene Mitte rein der Abfahrt. Hallo, Tür? Gut. Das war es auch nicht. Nein, bitte nicht. Ja. Okay, Hugo. Ja, genau. Geh in die Mitte. Geh in die Mitte und links. Da ist es. Da ist es richtig. Ja. Guck. Er ist wieder gestoppt. Okay. Wir sind auf einer Wolke. Freunde, wir haben es geschafft. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Roblox hat das gewonnen. Freunde, ich würde auch was sagen. Wenn euch das hier gefeiert hat, lasst natürlich ein Lack und ein Abo da, Freunde. Würde mich sehr, sehr freuen. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns morgen bei einem neuen Roblox-Video. Und macht's gut. Ciao.